Bitte! Wenn ihr das Mikrofon habt, könnt ihr auch bitte Fragen stellen. Nicht so spannend machen. Wer will denn jetzt als erstes? Also ich meine... Ja bitte dann, los! First, thank you all. I wanted to pose a question to Andres Pirantoni-Giua concerning the comparison between the Bolivian and Ecuadorian system and the one we see in Rojava today. I kind of saw a similarity... Do you hear me? Bolivian, Ecuadorian and the next one? And Rojava, like the comparison you made, because it reminded me a little of the comparison we heard earlier today between South Africa or like the overcoming of apartheid in South Africa as a progressive move that could be compared to Rojava in kind of revolutionary terms. and then we were wondering here how we can compare, like in kind of similar way, how Bolivia and Ecuador can be compared to Rojava if at the same time, although there's all this kind of similar rhetorics and similar words and similar concepts, that we still have states operating and actively oppressing national minorities. We had these big projects of dams and highways that were built in Bolivia and other parts, the Yasuni National Park in Ecuador and other projects also in Venezuela in which it became very clear that the state was in the end still being an aggressive actor against the communities of the country. Yes, and I just wanted to give this critique. I don't know if there can be an answer made, but yes, that's my point. Well, there are two main questions as far as I understand. One is the rapport or relationship between the similarities between Bolivia, Ecuador and the Rojava revolution. And the next one is the conflict sometimes with the states in the case of Bolivia, Ecuador, I would say also Venezuela, of course. Well, first similarity, as I mentioned before, is that both in Ecuador and Bolivia, we are speaking about communities who have been living for centuries, for thousands of years in the same place. And that is the first similarity, I would say, with the Kurdish people, which has been living for thousands of years in what we call today Kurdistan. even if they came from other areas in very old days, they kept living there, and they kept resisting there for a lot. The difference is in terms of history, Kurdish people were accustomed to fight to invasions since thousands of years ago. because the position of Kurdistan in the middle of Asia and the Mediterranean and Europe, all the nations coming from what is known today as Siberia and so on, made the Kurdish people think that the only friend they have is a mountain, as they say. Instead, in the case of Bolivia and Ecuador, yes, we had struggle among different ethnic groups. And eventually we have the Inca, which was an emperor who controlled the structure of Inca, who controlled most of South America in the mountain Andean area from Colombia up to Chile. but is not similar to the experience suffered of the Kurdish for thousands of years. As part of that situation, the next thing is that you don't have, in Bolivia and Ecuador, the type of movements of ethnic groups so strong in quite a few thousands of years. They have been stabilized. That means that presently, it is only with the present government of Evo Morales and with the new constitution, that all entities have to deal together. We are speaking about 36 languages, which means at least 36 different ethnic groups and nations that have to deal together. While Rojava and Kurdistan have been accustomed, sometime in conflict, but usually in the past, there was plenty of friendship and relationship among different groups all together, mixed all together. In the same land, you have Kurdish people, Syrian people, Jewish people, etc. That was not the situation you have in Bolivia in Ecuador, where each ethnic group has its own piece of land. Okay, but similarities that they now are working together and they are doing it well. In relation to the state, well, we have some problem in Bolivia with the project of the highway there, which is essential for the unity of the country, for many reasons and because a lot of illegal activities have been performed in those areas, in terms of, you know, from narcotics to logging illegal, cutting trees and so on. So that the government has to control. But the process has been channeled. There was opposition, but now the process is channeled through the same communities. And some agreement has been reached. In a similar situation we had in Ecuador, where there was a reserve which was supposed not to be exploited in the Amazon area. And eventually, last year, President Correa told the nation that because there was no feedback from the international community in get financing in order to keep those resources while out there, and it was needed for its own development. But then there was some problem with part of the society and part of the communities. Okay? This is a typical situation you may experience in growing country where you have contradiction and when you have needs and when you have many things all together. We have the similar situation in Venezuela with the coal in the western part of the country where the people who live there for thousands of years don't want to keep this coal exploitation going on because of the environmental impact and so on. It depends on the correlation of forces, the political situation and many factors, the outcome of these processes. I am sure that the question is not very erschöpfend for you answered. I am very sure. But we will see if there are more questions. There were two questions. Have I seen the right? I am the third one. Of course. athletics can, many aren't we have one the other group of people. sitting on the phone us diskut if you that if um dem jeden Jahrăn, die insgesamt enam Ж Já dein知道, etwa outra 3-3-Hier fragen wie wanzen damit. Und die Feminist Ein Archiv 테 in einer K vardır. Sech Conf vous, dass eller Half AnLI again về dienen Bekü see die rituals sind nicht im Grünen. Ich weiß nicht. önemli. Eee ama ııı bir bir olgu da yok mu? Yani ııı matriyakal sistemden patriyakal sisteme geçişte ııı Amazon savaşçı Amazon kadınlarının ııı erkek egemen ııı sömürüsüne ııı karşı çıkmak adına ııı savaşımından bu yana ilk kadın savaşımı ııı ordu düzeyinde Rojova'da ııı Rojova'da vücut buldu ve ııı dünyanın en gerici en sömürgeci ııı sistemin sözcülerini yenerek ııı özgürlüğünü kazanmış durumda. Yani istatistiki olarak ııı Rojo'daki kadınların savaşımıyla bir bütün olarak ııı diyelim Avrupa'da ııı feminizme ııı yani şey olarak ııı verilen mücadelenin sıcaklığı ve savaşın yoğunluğu göz önüne alındığında ııı biraz ııı şey değil mi? Yani belki ben yanlış anladım ııı yani doğru bir değerlendirme mi? Hani sadece istatistiki olarak bakmak. Teşekkür ederim. letler Erdogan abone ol eh Entschuldigung ich habe den Anfang wegen Übersetzung nicht ganz mitgekriegt an mit wem die Frage war. Danke. Ja, sicher. Ich kann gerne nochmal wiederholen. Frau Biel. Janett Biel. Frau Janett Biel. Frau Janett Biel. Okay, sorry. I'm sorry, I think it can provide useful information. I don't think that that kind of an analysis certainly covers the heart of the town meeting, and that's why I only devoted a part of my paper to it, and I went on to describe other things that are done. But I don't think I would be able to make a... I wouldn't have accurate knowledge about the increased participation of women, for example, or how much they spoke without that kind of documentation. I would have no way to say that in a definitive way without this kind of a study. So I find that valuable. Maybe others don't, but I do, especially in terms of communicating the nature of democracy, the relationship of democracy and women. I think it's certainly not the heart of the town meeting. The heart of the town meeting is that link, that link between speech and action, between discussing and voting. And I hope I tried to make that clear, but maybe I failed. So, 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 so. Okay. Also, im Anbetracht dieser Session halt, das passt auch gerade zu diesem Thema, ist richtig meine Frage an die Selma Irmak, und zwar im Anbetracht auch des demokratischen Konfederalismus, wo alle Farben halt, wo alle Völker und Religionszugehörigkeiten auf der gleichen Augenhöhe ist, habe ich erstmal einen Aufruf, und zwar, ich habe zu Zeiten eine Online-Petition gestartet, halt im Angesicht des 100-jährigen Genozids an die Armenier, auf der Seite Schengs-Org. Es wäre sehr toll, wenn ihr das unterstützen würdet, weil wir dort sehr viele Unterzeichner brauchen. Das wird auch diesen Monat halt am 24.04. im Bundestag debattiert. Die Forderung geht an den Bundeskanzler und an die Bundeskanzlerin halt, dass sie diesen Genozid aussprechen und aber auch die Mitschuld der Deutschen halt zum Ausdruck bringen. Des Weiteren die Frage jetzt halt an die Selma Irmak ist, die ist halt, da ist auch eine Einladung an die HDP erfolgt. Wenn Sie ja schon mal jetzt hier sitzen, dann versuche ich jetzt diese Gelegenheit auszunutzen. Und zwar, ich habe jetzt den Herrn Demetaj eingeladen, Sie können ja gerne mal nachhorchen, wie der Stand der Dinge ist, und wenn Herr Demetaj nicht kommen kann, wegen dem Wahlstress gerade, wäre es auch sehr schön, dass Sie die HDP vertreten können. Und die Veranstaltung ist im Mai halt, am 16. Mai. Kommen Sie gerne vorbei. Weitere Aufrufe wieder am Ende der Veranstaltung, okay? Jetzt Fragen, aber bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt einen Bezug auf diese Begründung für die Genocide derподmachung. Diese Begründung sind im Teil der Nisanischen Einwohnern. Wir wissen, was es, wenn wir, was es, was wir, oder was wir? Das wurde in der Land, die sich über die Stichwunsch und die Stichwunschte hinterher verhältert. Die Stichwunschte, die die Stichwunschte überwältigt werden, ist eine andere Stelle. Hier habe ich einen Platz für ein Schiff. Ich habe ein Gebiet von uns. Ich bin hier an der Zeit. Ich bin hier im Moment. Ich bin hier in einem Zeitpunkt. Ich habe auch eine wichtige Bernerin mit den Bremsen und der Bremsen. Ich habe die Werte, dass die Fraktionen der Kürtischen Partei einleitert, dass wir die Fraktionen, die Kürtische und die Kürtische Führung haben. Ich bin die Kürtische und die Ermen, und auch die Kürtische Führung haben. Vielen Dank. This is still far away from what Bookchin was suggested, but it also resonates with democratic confederalism, and I think it was also in the basis that then came the movement for the Second Vermont Republic and the Succession Movement. I'm wondering, would we ever see democratic confederalism embraced in Vermont as part of that movement in the heart of the empire? Is that something you would think could happen? Thank you. I think Brian, in that program, was influenced by libertarian municipalism, and I think the Shire's proposal became part of the Successionist Movement in Vermont, but it hasn't been active recently at all. So, it's no longer really discussed very much. But thanks for raising that. Next. Is it on? Gab's da oben noch eine Frage? Ja. So, dann machen wir das. Nur das Mikrofon wandert langsam runter. Dann tust da... Sorry. Okay. Entschuldigung. Okay. Is it working? Yeah? The question is in English, please. Thank you so much, Janet, for bringing forward the very crucial question of knowledge and of how knowledge is valued. Because, of course, we're in a stage of capital where we need not only a labour theory of value, but a knowledge and information theory of value. And we've been here these past three days within an apparatus of knowledge, observing the codes of traditional Western knowledge production. And a huge question that arises is what it means to value the knowledges of women and what it means to invoke so many times feminism without naming women who've thought about reproductive labour, feminists, such as Sylvie Frederici, such as Emma Goldman, to name two, but there's many. So, I've reached, or I think something that's to be learnt from the struggle in Rojavar is a society in which women have managed to bring the men of their society to value their knowledge and voice. And in so doing, to be heard, and to be heard not just within their society, but to be heard by the world at large. And so my question, Janet, is what you think, in fact, needs to occur within Western societies for the knowledges of women, which are so often seen as things that mums do on the weekend or things that aunts do on the weekend, to be valued, to be authored, and to be given real credit. Thank you. Oh, it's a big question. I think, you know, in the United States, we don't have the quota system the way you do in many European countries. And I think it's a big loss because it means that women's voices are just not heard. I think those kinds of systems really do help improve the quality of the discussion and ensure that half the human race has a voice. So that would be something to institute. But I also think, you know, a revolution against patriarchy is not a bad idea either. And just women need to just keep speaking out. And, you know, one thing that is very inspiring to me is that the more you speak, the easier it becomes to speak. I've seen that happen in the town meetings here, and it's clearly recorded. But it's not, in some ways, it's an act of courage that is, in some ways, reminds me of picking up a Kalashnikov to go fight Daesh. You know, I mean, that is an act of courage, of incredible courage. But there's also a different kind of courage in raising your voice and speaking. And I see that happening in Rojava, I think you're creating a generation of remarkable leaders there. And I would love to see something like that happen in other parts of the world. It's, I'm hoping that people in other parts of the world will learn from that example. I would love to see something like that. I would love to see something like that. When you don't have free life, you know this whole family, you know this whole process of art. Die Menschen, die Menschen in der Kirche sind, die sie aus der Kirche von den Kirchen, die Menschen in ihrem Leben bekommen, und die Menschen in die Kirche beobachten, die Menschen in Kirchen, wenn sie die Kirche sind, Wenn die Reise der Reise anwachsen sind, dann sind sie die Reise, die die Gehäine des Lebens und die Gehäine der Welt. Auch wenn die Reise der Reise der Reise der Reise der Reise, die die Geschäfte der Reise des Reisees sind, oder die die Reise der Reise des Reisees, dass die Kinder in der ganzen Insel Jenni die im Herblichen, die immer wieder悲 sind, die die Menschen im Herblichen, wenn sie die Menschen wie sie sie ins Handeln haben. Die Männer, die Jahre und die Wochen, die bei einer ihrer Reise, die am einem Haus des auch unsere Raumes, die und die die Menschen, die die und die Frauen, die die Frauen, die keine Menschen, die sie, die Menschen haben. Die Menschen, die sie, die sie, die sie, die ein paar partner, die Sachen, die Derdore, Tevahid derdkewe, deri bi deri, deri adischkene u derdkewe, hatta serechie, uluwur, helbett, bi-schorashe wa dinase u rengi khwa di da schorashe. Schorashe Kurdistani bi-virengi je schorashe din judai neteni shardaki, heman deme jivakakij je awadki. Iro ez, hefseroka jivaka kongreya demokratik ya Kurdistanabakurum. Jini parlamentoya Kurdistani iroro bi-reweberia jineke dhinme shandun. Jine koonikare ddarkave ddarewe, iroro, volataki berrewebebebebebebebebebebe. Adnigariyeke berrewebebebebebebebebebebebebebe. Ev temsil u hatina jine kurt ya ten imbejin minakakeke. Ijberweeke aminbejin, jibo dnya tewa ev minak, u jibo rochulata navinji, keliita chara seriyeyeyi. Gare dukhoazin demokrasi pek binin, gare dukhoazin azadi vare u da jivakide guharandinin bingahin pek vare, garek jine heim betir li nirxeyn jivakide khodidarkavin, li demokrasi khodidarkavin, li jiyane khodidarkavin. Jibarweeke amcari keden debijin, am sarkevdina jina per bast binin, awe sezala bistu yekan, bibe sezala jina, sezala azadi a jina, spastikin. Ich sehe immerhin ein paar Lächeln in manchen Männergesichtern, aber so strahlen, also da könntet ihr noch ein bisschen begeisterter gucken, aber lassen wir das, da unten war die nächste Frage. Hier oben, hier oben, wer ist denn nun dran? Okay, ich würde ganz gerne meine Frage auf Kurde stellen. Vielen Dank. 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 Jan. 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 Marx hat nur bürgerliche Nationalökonomie studiert und er hat dazu meines 18. 18. keine wirklichen Lösungen geliefert. 18. Er hat so ein Buch geschrieben, dass das Kapital heißt, er hat aber nicht die Kapitalfrage gelöst. Und ich glaube, man muss wirklich bei einer nächsten Konferenz dann ernsthaft dieses Thema Geld, also Demokratisierung von Geld mit reinnehmen. Erstens mal, weil auch in Rojava, wenn der Schutt weggeräumt ist und dort tatsächlich ein Aufbau gelingt, selbst in diesem kleinen Rojava wird man dieses Thema dann brauchen, bearbeitet haben, wie sollen ihre Banken funktionieren. Aber vor allem, viel wichtiger ist dann noch, um der Menschheit global eine Perspektive zu geben. Weil ich bin überzeugt, die Demokratiebewegung auf der Erde wäre viel, viel stärker, wenn die Menschen eine wirkliche Alternative zum, was man Kapitalismus nennt, sehen würden. Die allermeisten Menschen können das nicht sehen. Ich kann mich erinnern, vor drei Jahren hat ein Sprecher von Occupy New York, also ganz liebenswürdig, aufrichtig gesagt, we know what we don't want, but we don't know what we want. Das heißt, moralisch natürlich wissen ganz viele Menschen, was sie wollen. Die Aktivisten wissen moralisch immer, was sie wollen. Aber es stellt sich dann noch die konkrete Frage, wie. An dem muss man, glaube ich, hart arbeiten. Danke für diese Hausaufgabe für alle. Ich glaube, die Veranstalter haben Sie sicher gehört. Und ich meine, am Freitag wurde ja ansatzweise darüber diskutiert. Aber natürlich bleibt die Frage offen. Ich glaube, der Einzige von uns hier auf dem Podium... Yes! Wir haben ja einen Berater eines Handelsministers. Da haben wir dann, und ich denke auch Professor Holloway, vielleicht haben wir hier die beiden Antworten. aber nicht alle, sonst enden wir hier wieder in einem neuen. Bevor wir die Antworten, bitte kurz. Und da oben ist eine letzte Frage. Nee, Entschuldigung. Es ist die letzte Frage da oben. Sorry, Frau. Und dann machen wir noch eine kleine Schlussrunde und dann tut es mir leid. Alles Schöne hat ein Ende. Vielen Dank. Vielen Dank. Well, I will not mention the financial thing, because it is the actual big challenge. But I will just mention something that answers some of the questions you are making, and was part of what I was trying to explain. The day before yesterday, somebody told me that Marx was not a prophet. There is very interesting writing from the socialist deputy in France, Jean Jaurès, who was killed a few days before the first war started, because he was completely in opposition to that war. And when you read these papers and the history, you are impressed to see the level of organization that the labor movement had in Europe. The level of consciousness, the control of cooperatives, the control of wholesale distribution systems. Millions of workers in Germany, in the UK, had a very strong power and were in starting producing, having factories and a lot of things. So the answer is that the war, we have been told that the war was because colonies and because areas of influence. But there was one key factor, how to destroy the struggle of the workers, which were step-by-step conquering culturally, politically, not only in terms of trade unions. They are conquering a lot of power. And eventually they would be able to control the state. So the big war was the answer. And what happened after the first world war was the answer. And what happened after the second war was the answer. And now they are trying to put the same answer with the worldwide war, as the Zapatistas say, the fourth world war. But the answer is changing now. And instead of making people weaker, Rojava and Kobani showed how people get strength out of this situation. I think it's a very important message, not to allow the war to destroy people and cultures, but just to get more strength to fight against them. Thank you. The question of the power of the banks is, of course, the question of the power of money and the question of the power of capital. I think it has been there in the discussions all throughout these three days. It was there in a comment that David Harvey made on the first day about how we could not have autonomy because of the power of money and on the need to find ways of regulating the movement of money. It was there this morning in what I found, frankly, I shouldn't say it, but I'm going to say it, Alex's appalling justification of the neoliberal policies of the South African government. It has been there all the time as well because Greece is here, because Greece is such a clear expression of the power, not of Merkel and the European Union, but really of the power of the movement of money, the power of the money markets. How can we break it? How can we break it? It seems to me that we have to think, perhaps we have to say we are starting to break it by creating a different society, but possibly we do not yet have the power to break it completely. We have to think in terms of pushing back the power of money by decommodifying everything we can, by decommodifying in every way possible. Money grows out of the commodity form. We have to find ways of limiting the operation of the commodity form in education, in health, but above all, by developing other forms of production that do not depend on money, that push back money. And that seems to me precisely why movements like the Kurd movement, where people are not just talking about forms of political organization, but different forms of relating our productive creativities. That seems to me fundamental. And it is not a question for the future, but it is a question of something that we are developing in millions of different ways throughout the world already. Thank you. Thank you. So, as Ostergeschenk, da oben, war die letzte Frage. Ja, zuallererst würde ich gerne aus der Tradition derer, die 1979 für die internationalistischen Bestrebungen den Schar stürzten und im Sommer 89 zu Tausenden im Iran hingerichtet wurden, ihrem Bruder Herr Cameron gern meinen Respekt erweisen. Meine Frage ist, im Anbetracht der erwähnten Multiethnizitäten und Vielfalten und der gemeinsam erlebten Repressionen durch die Nationalstaaten, inwieweit es Bestrebungen zu einer dialogischen Entwicklung des Konzepts des demokratischen Konföderalismus unter Einbezug aller unterdrückten Völker im Nahen Osten es gibt? Danke. Wer soll diese gewaltige Frage beantworten? Herr Kermanger, die Frage war an Genosse Kermanger. Soll ich sie nochmal fragen? Soll ich sie nochmal? Ein kleines technisches Problem ist... Nicht? Ja. Farge, das tut das. Soll ich sie nochmal sagen? Ich entschuldige mich mal eine Runde, dass ich das jetzt auf Persisch frage. Ich weiß nicht, ob das jetzt übersetzt wird. Ich werde das halt nochmal explizit ernähren. Kann man gerne auf Persisch fragen. Einmal vorstelle mich. Ich werde das Konferenzialismus auf den Konferenzialismus auf den Konferenzialismus kreisieren. Wir haben in der Iranien eine sehr gute Angelegenheit, eine sehr gute Angelegenheit und eine sehr gute Angelegenheit. Die Angelegenheit ist in der Iranien und die Angelegenheit, die die Angelegenheit in der Iranien nicht möglich ist. Nur die Mechanismen der Kurden und die Konfedererlisten der Konfedererlisten ist, die Konfedererlisten der Konfederlisten ist, Wenn wir mit dem Thema, was das Thema, der Stichwache und der Geografin ist, dass die Eier-Anne eine bestimmte Mechanismen verbunden sind, wenn wir die Eier-Anne einstellen können, oder, dass die Eier-Anne einstellen, die Eier-Anne ist, die Eier-Anne einstellen. Wir haben gesagt, dass die Eier-Anne ein paar Dinge verstanden ist, ein paar dachen, 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 was wir wissen, was wir sehen. Wir haben einen großen Tag, einen kleinen Tag, die wir in Irani nach dem Jahr der Zeit des Soldaten und die Imperatorischen und Diktatorischen und Diktatorischen. Wir wissen, es ist die Unterschiede, die es andere, die die Welt ist. Wir wollen das nicht in diesem Weg machen. Und das sagt, dass es, dass die Iran-Erin etwasliche Gewalt ist, die die hier in den Rutschlande kommt. Aber in dem Fall, dass die Iran-Erin-Erin-Erin-Erin-Erin das erbaut, die die den Rutschlande und die Welt der Welt fern. Die Welt fern. Die Welt fern. Und wenn die Rutschlande in Kurdistan die Nettbewerke und Dettbewerke auf die Demokratie, das bleibt dann auch die Nettbewerke. Wenn wir uns in den Eeran befinden, dann die Mechanismen, die sich in den Siewan, in den Schatten, die Konfederalismus in den Eeran befinden, dann können wir uns in die Welt einbringen. Das bedeutet, dass wir uns nur in Kurdistan und in Kurdistan einbringen können, sondern dass wir uns in den Eeran befinden, dass wir uns in den Eeran befinden. Das heißt, dass wir in Iran die Verlangen sind. Das bedeutet, dass wir nicht die Opposition, nicht die Gegenwartung, nicht die Aufmerksamkeit, nicht die Aufmerksamkeit, nicht die Aufmerksamkeit. Das ist der Grund, dass wir in Iran nicht arbeiten, oder die Angelegenheit, oder die Aufmerksamkeit, sondern wir wollen hier eine Behandlung, hier eine Behandlung, oder eine Behandlung, oder eine Behandlung, oder eine Behandlung, wenn die Kürmacher zu sagen. Das bedeutet mir, Hussain, und das bedeutet mir. Wenn du einen Millionen Menschen mit einem Menschen in der Welt übrigen und der Straftat, dann wird es nicht dafür, dass du einen Stratgeist für die Welt einverkaufst. Wenn du das nicht nur eine Sankt-Geschäte, wir wollen eine Stratege der Taibat, wenn du nicht die Straftatkategie über den Straftatstieg bist. Und dass unsere anderen Möglichkeiten nicht mehr erörtert werden kann. Denn unsere Alternativen und die Mechanismen ist, wenn wir alle anderen die Taibatinnen in die Iran bei allen anderen, bei allen anderen Taibatinnen, bei allen Taibatinnen und Korfinnen, Ich möchte die Aufmerksamkeit, die wir in der nächsten Zeit haben, und die wir in der nächsten Zeit haben. Der Konfederalismus ist nicht nur eine Demokratie, sondern auch eine Demokratie in der Russland. Und der Konfederalismus ist eine Demokratie in der Iran-Konfederalismus. Vielen Dank. Eine kleine Schlussrunde, nicht länger als eine Minute. Fangen wir diesmal bei Janet an. To answer your question, this is a difference between Libertarian Municipalism, Bookshen's ideas, and Democratic Confederalism, as it's played out in Rojava. I'm talking too fast. Bookshen never expected the state to vanish on a hot July night, and the way it happened in 2012 in Rojava. He never expected that. The confederations in Libertarian Municipalism are meant to constitute a dual power to the nation state. You organize assemblies of citizens, and they confederate into a fighting force that can, to use John's word, push back against the nation state as a counter power. That's something that wasn't apparently necessary in Rojava, but in many other places it is. It's to form a strong political power, political muscle that's yet grounded in the people, that still functions from the bottom up, but can take over the economic life of a country. And of course it depends on a lot of people joining it. It depends on the formation of citizens' assemblies becoming a mass movement. But if many people who are worrying about this problem would go home and start forming a citizens' assembly in their own neighborhood at home, then we could begin to build that force. There's no promises and no guarantees that it could work out, but it seems to me that that unit, that formation, the citizens' assembly, is the initial unit with which the force has to begin. I want to say something very important. Thank you very much. 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 Thanks very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.